Und da war ich, im Kreise meiner Freunde und bereit, bis an mein Lebensende glücklich zu leben. Zumindest hatte ich mir das so vorgestellt. Nach zwölf Jahren kommt nun der dritte Bridget Jones Film ins Kino. Als Cine-Lady-Veranstaltung wird Bridget Jones' Baby am 19. Oktober um 19.45 Uhr im Sinister Fulda gezeigt. Renée Selviger als Durchschnittsfrau Bridget ist schwanger. Aber von wem? Ist alles voll unter Kontrolle. Ist es Mark Darcy, der hier einen Heiratsantrag machte, aber deren Beziehung dem Untergang geweiht zu sein scheint? Oder ist das Baby doch von Jack Wand, mit dem Bridget ein Festival-Technitelmächtel hatte? Wer ist der Vater? Ist es von Mark? Die Chancen stehen bei 50 Prozent. 50 Prozent? Hattest du einen Dreier? Oliver Hassenkamp schrieb einst die Burg Schreckenstein-Jugendbücher. Sie waren eine Art männliches Pendant zu Honey und Nanny von Enid Blyton. Das ist... Der 11-jährige Stefa soll aufs Internat. Das freut ihn ganz und gar nicht. Doch dort angekommen, wird er bald in den geheimen Ritterbund aufgenommen. Und dann geht der Spaß erst richtig los. Vor allem, weil sich die Schreckensteiner im Krieg mit den Mädchen vom benachbarten Rosenfels-Internat befinden. Alle Familienmitglieder, die zur Vorpremiere am 16. Oktober um 15 Uhr Kinder unter zwölf Jahren in den Film begleiten, zahlen selbst auch nur den Kinderpreis. Und niemand außer mir weiß, was ich mache. In Girl in the Train erlebt Emily Blunt rätselhafte Hochspannung. Eine packende Story und Emotionen pur. Die erste Thriller-Cine-Lady-Veranstaltung entführt die Zuschauerin in ein Labyrinth aus Lügen, Träumen, Wunschvorstellungen und realer Gefahr. Nur eine Sekunde lang. Ist sie das? Können Sie mir sagen, wo Sie Freitagabend waren? Auch zu dieser Veranstaltung gibt es die aktuelle Zeitschrift Maxi und ein Glas Prosecco inklusive. Wenn ich es richtig verstehe, war die Frau, die verschwunden ist, seine Nanny. Girl in the Train wird am 26. Oktober um 19.45 Uhr im Scenistar Fulda gezeigt. Offizieller Filmstart ist am 27. Oktober. Nein. Ich bin nicht mehr die, die ich mal war. Drei Akte hat die Oper Tristan und die Solde von Richard Wagner. Das Musikdrama wird am 8. Oktober um 18 Uhr live aus der Metropolitan Opera New York in Scenistar Fulda übertragen. Dirigent der Eröffnung der neuen Saison ist Sir Simon Rattle. Es singen und spielen Nina Stämme, Stuart Skelton, Ekaterina Gubanova und René Pape. Tickets für das Opernerlebnis im Kinosessel kosten 29,50 Euro. Die nächste Opern-Live-Übertragung ist am 22. Oktober um 19 Uhr mit Mozart's Don Giovanni. Fabio Luisi dirigiert live aus der Met, Simon Kinley-Side, Matthew Polenzani, Erwin Schrott und Rolando Vidazon im Stoff um den Frauenhelden Don Giovanni. Alle Neustarts im Scenistar Fulda im Überblick. Am 6. Oktober starten Insel der besonderen Kinder, Sausage Party, Blair Witch und Unsere Zeit ist jetzt. Am 13. Oktober starten Verrückt nach Fixie und Entfernung. Am 20. Oktober starten Trolls, Ouija 2, Kaltes Herz, Burg Schreckenstein, Bridget Jones Baby und Accountant. Am 27. Oktober starten Girl in the Train, Kubo der tapfere Samurai, Störche, Abenteuer im Anflug und Doctor Strange. Am 23. Oktober starten Girl in the Train, Kubo der tapfere Samurai, Störche, Abenteuer im Anflug und Doctor Strange. Am 23. Oktober starten Girl in the Train, Kubo der tapfere Samurai, Störche, Abenteuer im Anflug und Doctor Strange.